Musik Märchen sind das Tor zur Seele. Welches Mädchen träumt nicht davon, als Prinzessin in einem großen Schloss zu wohnen? Und welcher Junge möchte nicht der tapfere Held sein, der den gewaltigen Riesen besiegt? Im Traum werden die Wünsche wahr. Die Gedanken wandern in das Reich der großen Erzählungen der Kindheit. Manche träumen davon, mutig zu sein. Andere dürfen bereits auf ihren Retter hoffen. Und manchmal ist der Weg zum Glück vorherbestimmt. Wunderschöne Prinzessinnen und tapfere Prinzen, sprechende Tiere und kluge Weltenbummler, die Helden der Kindheit. Das Happy End ist gewiss. Lass dein Märchen wahr werden im Europapaar. Das Märchen geht weiter. Willkommen im Europapark. Erleben Sie ganz in Ihrer Nähe über 100 Attraktionen und Shows in Deutschlands größtem Freizeitpark. Übernachten Sie in einem unserer vier Erlebnishotels und lassen Sie sich von dem atemberaubenden Ambiente verzaubern. Genießen Sie unvergessliche Momente und fantastische Unterhaltung. Sie werden begeistert sein. Europa-Park, Deutschlands größter Freizeitpark in Roest bei Freiburg. Der Moment strahlt nur für dich gemacht. Hat dich so offen angelacht. Der muss was ganz Besonderes sein. Ja, du kennst vieles, was dir Freude macht. Und hast so lang schon dran gedacht. Was kommt, gehört dir ganz allein. Und du nimmst dein Herz in beide Hände. Und du spürst das Kribbeln auf der Haut. Das ist dein Moment. Komm und lebe. Und du spürst das Kribbeln auf der Haut. Musik 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 Ja, gib mir jetzt den, gib mir jetzt den unten da, ja, den da, ja, ja, den, ja, den, ja, den, hab ich gesagt, ja, gib mir den, so, du gehst jetzt auch heim, gell, tschau, sagst du, machen den Gruß. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und ich bin auch dabei. 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 Spaß ohne Grenzen im Europapark So viele Länder kannst du sehen an einem Tag Spaß ohne Grenzen Zeigt euch die Euroma aus Fantastische Welte Hier sind groß und klein zu Haus Everybody needs a little heart to heart Sein' notre cœur Qu'elle est le meilleur diplomat Voyons être tous ensemble Fantastische Welte Im Europapark Spaß ohne Grenzen Im Europapark gibt es seit über 500 Jahren Ein Geheimnis tief unter Schloss Balthasar Das haben wir gleich Die neue 4D Attraktion mit Euromaus und seinen Freunden Ohne mich, das ist sicherlich völlig Das Geheimnis von Schloss Balthasar Der neue 4D Film Nur im Europapark Mit 5 außergewöhnlichen Erlebnishotels sind wir Deutschlands größtes Hotel Resort Zusammen mit unserem neuen 4 Sterne Superior Hotel Bell Rock Bieten wir zukunftssichere und abwechslungsreiche Arbeitsplätze in außergewöhnlichem Ambiente Seit über 3 Jahrzehnten wächst das Familienunternehmen MAK und die Qualität seiner Mitarbeiter Auch durch die Unterstützung seiner ausgezeichneten Europapark Akademie Für unsere anspruchsvollen Gäste sind wir auf der Suche nach Waren Botschaftern Echten Gourmets Leidenschaftlichen Gastgebern Und motivierten Teamplayern Über 200 neue spannende Arbeitsplätze warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden Zaubern auch Sie unseren anspruchsvollsten Gästen ein Lächeln ins Gesicht Bewerben Sie sich jetzt!